Hey Leute, willkommen zurück zu Daisy Epoch Panteran, meiner Seite ist Daniel L.P. Jo, hallöchön. Warum ich das so lange gezogen habe, weiß ich auch nicht. Hm, ja, ja. Kaugummihaus, ne? Japp, genau, ich fahre. Oh, du nimmst immer das nächste Auto von da? Ja. Na, okay. Warum? Die müssen ja auch mal weg, ne? Eben. Da sollen ja irgendwann, sollen ja da alles abgeschlossene Autos stehen. Hey, wo sind die zwei Netze hin? Ja, weil er nicht bezahlt hat, ist wahrscheinlich. Ach, das fällt mir jetzt erst auf, tatsächlich. Hat die von außen jemand abgebaut? Kann auch sein. Hm, na gut, dann brauchst du die so erstmal nicht mehr sitzen, dann machen wir das so, wie ich dann später gesagt habe, ne? Ja. Genau. So, wir müssen, Ivan hat gerade die Miete bezahlt. 100.000 weg. Ja, und wir müssen jetzt ein bisschen Geld, damit wir endlich mal unser Häuschen weitermachen können und die Mauer hier eventuell zu Ende. Bedenke, Daniel, mit deiner Waffe kannst du effektiv nur 300 Meter weit schießen. 300. Okay. Und gegen eine Bell oder sowas kommt es nicht an. Also, wir brauchen echt irgendwas Panzerbrechen, das gegen Helis. Müssen wir immer eine R107 dabei haben. Okay. Aber ich merke gerade, Auto ist noch zu laut. So dürfte das gehen. Ja. So ist besser, sonst, ich soll mich nachher nicht hören. Logan ist übrigens, ah, jemand YouTube-mäßig hier, ne? Oh, ein Mann-Heli, ein Mann-Heli. Ach, Mann. Was denn? Soll ich alleine weiterfahren? Nein, ich will nur gucken, ob der voll ist. Der ist voll! Na, dann flieh ich einen schnellen und so B ist rein. Nein. Na, wieso? Jetzt muss ich nochmal laufen, ich hab keinen Bock zu laufen. So, na gut. Aber die Mission ist kackweit weg. Welche meinst du denn überhaupt? Es ist gerade nur eine da. Die andere ist gerade abgebrochen, weil niemand gemacht hat er. Was ist denn dieser lila, der Punkt da oben? Ich glaube, das ist ein blauer und ein roter ineinander. Was? Ich sehe da nur einen und der ist lila. Ja, muss mal ganz nah ran zoomen. Ah ja, ein blauer und, ach, du hast recht. Das ist ja eine freche, ey. Soll ich schnell hinfliegen? Blau und rot? Ja, flieg mal schnell hin. Ich meine, weil zwei Stück, weiß. Ja, mach das mal schnell. Und du fliegst, du machst was? Ich, ähm. Ah ja, schaukehlein, okay. Ich schaue mich hier mal um, so in den Häusern. Hier so, ja? Du kannst auch schon mal Richtung Mission fahren, dann kann ich dich einholen. Ah ja, das stimmt. Ich gucke trotzdem mal kurz in den Häusern. Oh, 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 oh. Interessantes Umlicht. Wie er schnell wieder rausgekommen ist und gucken wollte, ob ich abstehe. Stürzt, die Drecksau. Nein, ich bin nicht rausgekommen. Everybody on fire. Yeah, yeah, yeah. Kam Iwan ja vorhin nach Hause, äh, mit einer Jessler. Hier auch gleich erst mal in Sand gesetzt hat. Ja, ich musste landen. Ja. Nicht so leicht, im Wald zu landen mit einer Jessler. Hab ich nie gesagt. Ey, das Haus in dem Haus hier, das ist zwar so ein geschnittenes Haus, wo normalerweise richtig gut Zeug drin ist, aber hier ist gar nichts drin. Vielleicht muss er mal respawnen? Ja, das kann natürlich auch sein. Ich gucke mir mal die Blechhütte hier an. Da ist zumindest schon mal was in der Ecke gespawnt. Aber Antibiotika habe ich hier noch nicht ein einziges Mal gebraucht auf dem Server. Was für Munition hat der? Also wenn hier Kisten sind, dann sind die in Berg und Tal. Hm. Ich sehe ein Humvee. Ich sehe ein URZ. Das hier. Oh Gott, Leute, ich brauche eure Augen. Das hier zu finden. Das ist nicht leicht, ich weiß. Vor allen Dingen, wenn zwei, obwohl, obwohl, wenn zwei übereinander gelappt sind, hast du eigentlich die beste Schau. Oh, da hat jemand eine Mission gemacht. Gucken wir das Haus hier nochmal an. Daniel, ich habe die Annie-Kiste gefunden. Oh, hier ist ein Kleidung. Oh, und was für welche? Bandit Annie. Das ist, glaube ich, Frauen... Oh, das wird dir gefallen, Daniel. Neun Metallböden. Ne, Quatsch, mehr. Böden, Metall und ein Safe. Oh ja. Da muss aber irgendwo noch von dem zweiten Kreis Dings rumliegen, ne? Nochmal so ein Kistenstabel. Oh, das Auto hier ist abgeschlossen. Was ist denn... Hast du schon mal die Kleidung gehabt? General? Äh, weiß ich nicht. Zieh mal an. Ich nehme sie auf jeden Fall mal mit. Nehme mal einen Rucksack. Ne, anziehen möchte ich es jetzt nicht, aber General kenne ich nur gar nicht. Zur zweite Kiste, wo bist du? Wo bist du? Denn ich dich... Ich habe sie gefunden. Boah, es ist immer schwer in dem Bergtal und Wald und Kack gedöhnt, das zu finden. Hm. Man könnte natürlich auch übelst jetzt, äh, ähm, die ganzen Waffen, die hier immer rumliegen überall, ne? Aber ich glaube, man kriegt für die auch gar nicht so viel. Hey, wieso sind die Tür nicht aufgehend? Für Waffen kriegt man schon ordentlich. Auch für diese... Diese normalen? Warte mal, halt, stopp, wer ist da? Okay, hi. Ach, der... Ja, der... Dings. Aber was habe ich denn heute? Gehirnblockaden, oder was? Scheinbar, ich weiß es nicht. Ja. Äh, Daniel, soll ich jetzt erstmal nach Hause, oder was soll ich... Ich habe irgendwie... In der anderen Kiste ist übrigens ganz viel Essen und Trinken und... Naja, fliege jetzt mal nach Hause. Oh, dann da... Ich suche dir das nicht an, kannst du knicken. Und, äh, ne, ich schmeiße einfach rein. Ich komme nochmal ein Stück zurückgefahren. Boah, Metallböden, Daniel, das ist besser, was wir uns passieren hätten können. Na, Monkey. Ja. Genau, Stefan. Ja. Ja, ich weiß auch nicht, entweder werde ich zu alt, oder... Ich habe Holz. Ne, ich bin heute aber auch nicht auf dem Dampfer. Ich glaube, es liegt da, weil es Sonntag ist. Kann sein, natürlich. Ja, Zombies, lauft ihr mal... dahin. Huiii, huiii. Ich fliege ganz lustig rum. Oh mein Gott, ist das langweilig. Ab nach Hause. Everybody... Oh-oh-oh-her-burm. Ja, der Oh-oh-her-burm. Wo ist die chose? Da ist die ja. Ich suche die aber auch gerade. Da wo die kleine Biene ist. Na ja. Du findest die Base nicht oder was? Doch, ich seh sie ja, aber ich suche den Eingang eigentlich. Hast du gerade einen Zombie überfahren? Ja, die sind mir hinterher gerannt. Ich muss meinen Zettel immer hernehmen, weil wir so viele verdammte Safes haben. Wir haben Metallböden, ist das geil. Ja, Metallböden. Ich freue mich bei Dübels. Hast du schon wieder was überfahren? Ja, wieder zum, ja, hier rennt man irgendwie noch rum. Warte mal, ich glaube, das war hier immer hinter der Kurve. Genau hier in der Kurve. Das hört sich sehr falsch an, wo du bist. Was? Dann doch noch hier rum. Ah ja, jetzt wird es langsam, ja, jetzt bist du richtig. Links? Ja, 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 ja. So, doch noch eine Kurve weiter. Daniel, ich kann zwar auch mit dem Einbahn-Heli fliegen, kein Problem. Ja, ich will aber nicht alleine. Lass den doch da. Falls du mal irgendwie, ne, in der Nähe hier von der Base spawns und schnell wieder zur Mission willst, dann kannst du schnell hier reinrennen. Dann kannst du mal die Einbahn-Heli nehmen und, was so? Ja, gut. Machst du ihn aus? Hm? Machst du ihn aus? Ja, ich bin im Auto draußen. Ein Auto ist er, der feine Herr, hm? Du hast du denn den angelassen? Weil ich dachte, ich spring wieder drauf. Stopp, alles wieso. Ich darf dann mal die Autos waschen. Aber bitte in Höchstchen bloß, ja? Ja, logisch. Ich konnte nicht widerstehen, ich hab nur schnell ein Dach drauf gesetzt. Dann tue ich es richtig schön einschäumen. Meine MP für... Ich kann wirklich nicht aufhören, das tut mir... Alter, der Shop wirklich wie Scheiße. Peng, 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 peng. Darf ich dir einmal in die Windschutzscheibe schießen? Nein. Ich treff dich auch nicht. Was sagen sie alle? Nein, ich treff dich wirklich nicht, ich kann zielen. Alter, was geht mit dem Kunden ab? Hilfe! Der rastet, die Weine. Und da vorne, guck mal, ist einer, der nicht die Beine gekrochen hat. Der kommt jetzt angekrochen. Ach, du meinst hier? Ja. Ey, der krieg da, ich bin unter ihm drüber, über ihn drüber gefahren. Schau. Ja. Juck den gar nicht, wo fahren wir hin? Na, hast du euch gesagt, äh, Mission? Ja, schon, aber wo war das nochmal? Ach so, ey, warte mal, ich hab mal gebaut. Die ist mittlerweile weg. Alter, das hat aber mal gut gebaut. Wo denn? Hier, links. Ach, hier. Hübsch, ne? Hat die jetzt schon noch? War doch, das war aber, wie schnell hat er das hier baut, hier? Er ist ja ein direkter Nachbar. Schaut gut aus, ne? Ja. Geht so, ne? Also, ich fand's schön, weil das war gut versteckt, vor allem. Hast du kaum gesehen, so aus wie ein normales scheiß Haus. So, paar Gegenstände reicher. So, ist ja, äh, noch keine Missionen neue da. Nö. Können wir einfach nur erstmal ne Gegend rumfahren. Schon mal in die Richtung, wo Missionen sind zumindest mal. Weiß schon, damit wir die Ersten sind, die dort sind. Ach. Hast du grad, ach, gemacht? Okay. Geht. Ach, das war, ach, das war Monkey. Okay, ich hab mich schon voll erschreckt. Spürst du auch, der Sie? Nö. Na, auf jetzt, ich hab'n Ohrwurmensch. Ja, du hast ja die ganze Zeit. Nein, du hast als erstes im TS angefangen. Super, dankeschön. Oh Mann, ja, schön machst du das wieder. Ja, klasse. Und ich bin bewusstlos, noch besser. Er brennt, Daniel. Du solltest da weggehen. Ja, kann ich nicht, weil ich bewusstlos bin. Dann steh doch auf. Aua. Vier, drei, zwei, eins. Aua, 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 Aua. Zombie. Verpiss dich. Zombie ist bei mir. Ne, der ist bei mir. Na, bei mir auch. Alter, ich hab... Oh, es ist explodiert. Ach, du heilige. Hilfe. Oh, ich brauch'n Blattpack. Bei mir ist alles schwarz-weiß. Wir haben keine. Wie, ich hab' keine Waffe mehr dabei. Doch, ich hab' doch... Jetzt hör' feier auf. Alter, verpiss dich, Mann. Hau ab. Hilfe. Boah, jetzt lass mich raus, du Miststück. Wieso zitter ich immer noch? Ich hab' gerade... Ich hab' gerade mein letztes Schmerzmittel genommen. Das Spiel bescheißt. Oh, noch. Oh, ich hab' nichts... Vielleicht, weil du zu viel nicht Blut hast, oder zu überhitzt, oder weil du so nahm Feuer lagst, oder was weiß ich... Blut hab' ich nur noch ganz kleine Fütze. Hier steht ein Jeep, aber da fehlt ein Rad Ist er nicht abgeschlossen? Ja, ist abgeschlossen Das kommt auch noch dazu Weil du mal wieder nicht fahren kannst Das Video sagt was anderes Nee, eindeutig, weil du mir ins Steuer gegriffen hast Natürlich, du hast mir voll ins Steuer gegriffen Du hast gesagt, da fahr rechts ran Und zack, waren wir da gestanden Würde ich nie machen, weil der sowieso schon gefährlich ist Bitte, was hast du gerade gesagt? Nein, ich hab nur laut gedacht Kannst du das bitte noch mal wiederholen? Ich bin mir gerade nicht schließlich Nö, 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 nö Nö, 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 ich helfe dir gleich So, das Wasser trinke ich mal gleich Ich glaube, Wasser gibt ein hier Blut wieder Wasser, nö, essen auch Hab ich gerade schon Geld und ich habe nichts Blut wieder gekriegt